Erfolgreich abnehmen in 20 Minuten. Die neuen Schlankheitsgeheimnisse erstmalig entschlüsselt. Herausgegeben von Robert Sasse und Yannick Esters. Einführung. Abnehmen, aber schnell. Spätestens die Sommerzeit verdeutlicht den Menschen in der Regel, dass sie sich zuvor dem Müßiggang hingegeben haben. Denn so wenig die lästigen Pfunde auf der Hüfte unter der dicken Winterbekleidung auch zu sehen waren, so sehr werden sie im Bikini zu einem Problem. Schnell wird der Vorsatz gefasst, endlich eine sportliche und somit attraktive Figur zu erreichen. Das allerdings ist leicht gesagt. Das Hauptproblem beim Abnehmen besteht nicht in der zu hohen Hürde. Vielmehr werden dabei Fehler gemacht, die oft die Motivation rauben. Der Betroffene schwankt dabei in seinem Gewicht. In guten Phasen nimmt er genau das ab, was er sich in schlechten Tagen wieder aneignet. Den Jojo-Effekt gilt es allerdings zu durchbrechen. Nur auf diese Weise lassen sich langfristige Resultate erzielen und der Wunsch des Abnehmens auch umsetzen. Gerade das nötige Hintergrundwissen fehlt vielen Personen, die etwas an ihrem Übergewicht ändern wollen. Doch nur damit können auch individuelle Nahrungs- und Trainingspläne erstellt werden, die den Erfolg bringen. Die nachfolgend genannten Tipps sollen daher einen kleinen Leitfaden bilden und die neun wichtigsten Kriterien nennen, die beim Abnehmen helfen. Auch wenn letztlich viele Wege an das Ziel führen, so dürfte doch diese Zusammenstellung einen groben Überblick über die zu verändernden Maßnahmen geben. Tipp 1. Ohne Bewegung geht es nicht Grundsätzlich werden die überflüssigen Pfunde nur dann abgebaut, wenn der Körper weniger Kalorien aufnimmt, als er verbraucht. Oder anders ausgedrückt, je mehr verbraucht wird, umso höher die Chance auf deutlich sichtbare und vor allem positive Resultate. Hierbei kommt der Bewegung ein wichtiges Kriterium zugute. Sie sorgt dafür, dass der Organismus eine weitaus größere Menge an Energie verbraucht und somit relativ schnell auf die Fettreserven zurückgreift. Doch Vorsicht, so ehrenwert der Wunsch auch sein mag, so viele Fehler werden mit ihm begangen. Denn wer die Bewegung über Monate oder Jahre gemieden hat, der sollte nicht von heute auf morgen in ein sportlich ambitioniertes Programm einsteigen. Besser ist es, gemächlich die ersten Schritte zu wagen. Das schont die Gelenke und beansprucht die Organe nicht gleich auf den ersten Metern über die Maßen. Als empfehlenswert gelten hierbei kurze Spaziergänge, Waldläufe oder auch Radtouren. Dabei lässt sich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, wenn etwa im Herbst Pilze gesammelt werden oder im Frühjahr ein Tagesausflug in die Natur lockt. Das macht Spaß und bringt neben der Abwechslung auch etwas Schwung in den Körper. Spielend leicht werden die Energiereserven verbraucht. Damit wäre ein erster Schritt getan und der Wunsch des Abnehmens somit vorangebracht. Tipp 2. Auf lästige Hilfsmittel verzichten Übrigens gibt es auch im alltäglichen Leben genügend Möglichkeiten, sich etwas mehr zu bewegen. Das muss also nicht ausschließlich in der Freizeit geschehen oder mit einem Hobby verbunden werden. Hier gilt, je häufiger der Körper in Schwung kommt, desto mehr Fett verbrennt er. Denn durch die Belastung greift er nicht nur direkter die Energiereserven an. Auch der Organismus kann besser funktionieren und gezielter die lästigen Pfunde abbauen. So darf insbesondere auf kurzen Strecken gerne einmal auf das Auto verzichtet werden. Das kommt nicht nur der Umwelt und dem Geldbeutel zugute, sondern auch der eigenen Figur. Ein Weg von geringer Länge lässt sich ebenso gut zu Fuß bewältigen. Wird es dann doch einmal etwas weiter und spielt das Wetter mit, so ist das Rad zu bevorzugen. Beide Maßnahmen wirken für sich genommen sehr simpel, bringen aber den Körper auf Trab und leisten ihren Anteil beim Abnehmen. Daneben muss nicht immer der Fahrstuhl benutzt werden. Über die Treppe geht es dagegen sportlich ans Ziel. Wer mit dem Bus fährt, kann die letzte Station auch gerne einmal laufen. Wann immer der Körperkraft gegenüber den Maschinen und Motoren der Vorzug erteilt wird, kann auch der Organismus den Wunsch des Fettverbrenns umsetzen und langfristig besser arbeiten. Wann immer der Körperkraft gegenüber den Maschinen und Motoren der Vorzug erteilt wird, kann auch der Organismus den Wunsch des Fettverbrenns umsetzen und langfristig besser arbeiten. Tipp 3. Muskeln verbrennen Fett Wer erst einmal den Reiz der Bewegung zu schätzen gelernt hat, der wird auf die Dauer nicht selten bei einem sportlichen Programm landen. Die Vielfalt dabei ist groß, das Ziel oft gleich. Fett soll abgebaut werden, die Muskeln dürfen wachsen. Was jedoch nur wenige Betroffene wissen, je mehr Muskeln vorhanden sind, umso schneller greift der Körper die Fettreserven an. Beide Kriterien beeinflussen sich also positiv und sind damit umso effektiver. Sicherlich, wer bereits Sport treibt, verliert Fett. Allerdings lohnt es sich dabei, nicht ausschließlich an der eigenen Ausdauer zu arbeiten, sondern auch Gewichte zu stemmen. Mit jedem einzelnen Kilo, das der Körper mehr an Muskelmasse aufweist, verbraucht er im täglichen Grundbedarf mehr Energie. Oder anders gesagt, ein sportlich-muskulöser Mensch kann eine höhere Menge an Kalorien verzehren, ohne dabei lästige Speckrollen auf die Hüften zu bekommen. Insofern tritt hier ein Doppel-Effekt ein, den es auszunutzen gilt. Über das Training der allgemeinen Fitness wird der Organismus in Schwung gebracht und das überschüssige Fett kurzfristig bekämpft. Daneben sollten die Arme, Beine sowie vor allem Bauch und Rücken gestärkt werden. Denn damit reguliert sich der Energiehaushalt des Körpers dahingehend, dass er mehr Kalorien verbraucht und diese gar nicht erst am Bauch oder dem Gesäß gespeichert werden. Tipp 4. Auch geistig rege bleiben Abschließend noch ein kleiner Geheimtipp, der unter jenen Personen, die unbedingt abnehmen wollen, nicht allzu weit verbreitet ist. Denn nachdem wir nun über die unterschiedlichen körperlichen Möglichkeiten gesprochen haben, die das Fett zum Schmelzen bringen, da darf auch der Geist nicht fehlen. Wer viel denkt, erhöht seinen Verbrauch an Kalorien ebenso. Auch auf diese Weise lässt sich also etwas für die schlanke Figur unternehmen. Wer nur allzu häufig untätig auf der Couch sitzt und zu einem Spaziergang oder einem Fitnesstraining keine Lust hat, sollte sich daher nicht gänzlich hängen lassen. Schon kleine Arbeiten mit dem Gedächtnis verbrauchen ebenfalls ein bestimmtes Maß an Energie. Diese wiederum wird genauso wie beim Sport über die Kalorien und Kohlenhydrate gewonnen und nicht selten auch aus den Fettreserven bezogen. Allerdings schmelzen die Pfunde hierbei deutlich langsamer. Dennoch lohnt es sich, nachmittags einmal zum Kreuzworträtsel zu greifen, ein anspruchsvolles Buch zu lesen oder das Fotoalbum zu betrachten. Denn wenn der Geist in Schwung kommt, dann benötigt auch er seinen Treibstoff. Und wie die Muskeln greift er gleichfalls auf das überschüssige Fett zurück. Doch Vorsicht! Wer sich mental allzu sehr verausgabt, riskiert nicht selten Kopfschmerzen. Auf ein ganz bewusstes Programm ist folglich auch hierbei zu achten. Tipp 5 Die Ernährung als Basis Neben der Bewegung, die vorrangig dafür dient, überschüssige Energie abzubauen, steht auch die Ernährung im Vordergrund. Oder anders gesagt, je weniger Kalorien verzehrt werden, umso weniger Fett setzt sich an den Hüften ab und muss dort mit meist aufwendigen Sportprogrammen wieder reduziert werden. Es ist somit entscheidend, wie und vor allem was wir essen und trinken. Wer hierbei sorgsam plant, hat mit Übergewicht selten zu kämpfen. Wichtig ist es daher, einmal den Ernährungsplan genau zu betrachten und die Ungesunden von den gesunden Lebensmitteln zu trennen. Meist zeigt sich dabei bereits ein ungleiches Verhältnis. Während Obst und Gemüse in zu geringer Menge vorkommen, sind Fleisch und Fastfood nicht selten in großen Stückzahlen vorhanden. Hier gilt es also, für eine abwechslungsreiche wie ausgewogene Einnahme von Speis und Trank zu sorgen. Sie sind der Grundstein eines vitalen Körpers. Grundsätzlich stehen dabei Obst und Gemüse im Vordergrund. Auch Getreideprodukte wie hochwertige Nudeln oder das Vollkornbrot sollten die Basis bilden. Insbesondere den pflanzlichen Ölen kommt außerdem die Aufgabe zu, alle enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe für den Körper verwertbar zu gestalten. Fleisch, Weißbrot und Pommes frites werden dagegen gemieden. Auch Süßigkeiten sind bis auf eine geringe Menge pro Woche tabu. Die Zahl der verbrauchten Kalorien wird damit sinken. Allerdings ist die Umstellung der Ernährung nicht alleine deshalb wichtig und notwendig, weil sie schädlich ist von gesundem Trend. Vielmehr kommt ihr auch der Zweck zu, den Bedarf an Vitaminen, Spurenelementen oder Mineralstoffen im Organismus zu decken. Denn diese Inhaltsstoffe werden oft in zu geringer Menge verzehrt, was anschließend zu einem Mangel führen kann, auch wenn dieser nicht immer als solcher erkannt wird. Der gesamte Körper wird nur dann funktionieren, wenn er jenen Treibstoff erhält, den er für alle zu bewältigenden Aufgaben benötigt. Hierzu zählen die genannten Vitamine und sonstigen Bestandteile gesunder Ernährung. Liegen sie nicht vor, kann der Organismus nicht wie gewünscht arbeiten. Auch die Fettverbrennung dürfte in einem solchen Falle langsamer als üblich vonstatten gehen. Demgegenüber wird einem markanten Mangel aber häufig mit speziellen Vitaminprodukten entgegengewirkt, wodurch ebenfalls ein Ungleichgewicht entsteht. Die Ernährung sollte daher so gestaltet werden, dass der Körper all jene Inhaltsstoffe bekommt und verwerten kann, die er dringend benötigt. Oft zeigt sich in den Monaten nach einer solchen Umstellung an den Fingernägeln, den Haaren oder der Haut bereits eine deutliche Besserung. Doch neben den äußerlich erkennbaren Merkmalen profitiert auch der Organismus und damit gleichfalls die Fettverbrennung. Je besser es dem Körper allgemein geht, umso leichter kann er sich um die lästigen Polster kümmern. Allerdings ist es nicht alleine die feste Nahrung, die in vielen Fällen gründlich überdacht werden muss. Auch den Getränken kommt das Privileg zu, wichtige Inhaltsstoffe für den Körper zu liefern. Darauf darf nicht freiwillig verzichtet werden, erst recht nicht, wenn das hohe Ziel des Abnehmens gelingen soll. Richtiges Trinken hat nämlich mehrere Vorteile, die auch der Fettverbrennung zugute kommen und den langen Weg ein wenig reduzieren können. Zunächst sollte statt Brause, Cola und Bier auf solche Flüssigkeiten umgestiegen werden, die weniger Zucker und somit weniger Kalorien beinhalten. In der Regel wird es sich dabei um Früchte oder Kräutertee handeln. Auch Mineralwasser ist eine gute Option, das ohne jegliche Dickmache auskommt. Schwarzer Tee und Kaffee sind dagegen zu meiden. Sie sorgen zwar nicht für unerwünschte Pölsterchen, verzögern aber die Arbeit im Organismus. Zudem gilt, wer viel trinkt, isst weniger. Denn Wasser ist ein ausgezeichneter Sattmacher und führt nicht selten dazu, dass bereits ein Verbrauch von etwa 3 Litern pro Tag gleichzeitig den Verzehr von fester Nahrung reduziert. Ein besonderer Vorteil dabei ist, dass Gifte und Schlacken aus dem Körper gespült werden und dieser damit weniger anfällig für Krankheiten ist. Auch das allgemeine Befinden wird auf diese Weise gestärkt und dem Organismus gelingt es leichter, das Fett abzubauen. Tipp 8 Wer langsamer kaut, isst weniger. Ein weiteres Geheimnis des Abnehmens besteht in der Reduzierung der Nahrungsmittelaufnahme. So weit ist das noch allseits bekannt. Der Tipp liegt aber darin, das Essen richtig zu kauen. Wer sich darauf konzentriert und sich bewusster der Speise widmet, isst deutlich weniger als solche Personen, die das Essen förmlich in sich hineinschlingen. Und das hat einen sehr interessanten Hintergrund, der beim Abnehmen Gold wert sein kann. Der Körper reagiert auf die Sättigung, nicht sofort mit der Reaktion, dass er keine weitere Nahrungsaufnahme mehr wünscht. Oft essen wir viel zu viel, ehe sich irgendwann der Magen mit dem bekannten Völlegefühl meldet. An diesem Punkt hören wir dann zwar auf. Das hätten wir aber schon weit vorher tun können und wir wären dabei ebenso satt geworden. Die Differenz dieser Minuten führt dazu, dass der Organismus mehr Kalorien aufnimmt als nötig. Wer dagegen ganz bewusst kaut, der reguliert auch das Empfinden des Sättigungsgefühles. Dieses setzt nun schon nach vielleicht einem halben Teller Essen ein. Das ist nicht nur gesünder für den Magen, da das schnelle Hineinschlingen ohnehin als medizinisch problematisch gilt. Vielmehr wird damit aber die Aufnahme der Nahrung reduziert. Gegessen wird so viel, wie der Körper tatsächlich benötigt und wie er an Kalorien verarbeiten kann. Tipp 9. Kleine Erfolge ebnen das Ziel Die Kombination aus viel Bewegung und einer ebenso bewussten wie gesunden Ernährung gilt als Grundstein des Erfolges beim Abnehmen. Gerade beim Letztgenannten wird allerdings häufig eine allzu strikte Diät bevorzugt. Diese mag radikal die Einnahme der Kalorien verringern, ist aber meist nur kurzfristig erfolgreich. Doch auch Süßigkeiten und etwas Müßiggang sind erlaubt, wenn ansonsten die allgemeine Disziplin nicht durchbrochen wird. Wer etwas für sich tut, darf sich dafür auch belohnen. Wenn ganz bewusst hin und wieder ein Stück Schokolade verzehrt wird, dann lassen sich die sogenannten Heißhungerattacken vermeiden. Denn früher oder später verlangt der Körper nach etwas Zuckerhaltigem. Und diese Forderung soll er lieber zu einem Zeitpunkt stellen, der sich mit einem kleinen Riegel zufrieden gibt. Wer diesen Zeitpunkt verpasst, erwischt sich dagegen nicht selten dabei, in einem schwachen Moment auch mal eine ganze Tafelschokolade zu verschlingen. Wichtig ist es somit, Maß zu halten und bewusst auch die kleinen Sünden einzukalkulieren. Zudem kann der Zucker in geringen Mengen auch beim Abnehmen helfen, da er dem Organismus wichtige Energie liefert. Auch ganz allgemein motiviert es, sich für die Erfolge zu belohnen, die die Waage schon bald anzeigen wird. Vielleicht kann der Triumph ja mit dem knappen Bikini gefeiert werden, der nun plötzlich doch passt. Fazit Da nun verschiedene Tipps gegeben wurden, die beim Abnehmen helfen sollen, da bleibt abschließend auch die Notwendigkeit, auf das wichtigste Kriterium hinzuweisen. Der Wunsch kann nur dann in Erfüllung gehen, wenn er wirklich zielstrebig angegangen wird. Wer sich zu häufig mit Süßigkeiten belohnt, fällt dagegen schnell in sein altes Muster zurück und muss sich früher oder später mit erneuten Fettpölsterchen auseinandersetzen. Je eiserner der Wille, desto wahrscheinlicher ist es, das Ziel zu erreichen. Doch nicht alleine auf die Disziplin kommt es an. Alle zuvor genannten Tipps helfen sich gegenseitig. Es ist daher wichtig, sie nebeneinander auszuprobieren und die Kerze gewissermaßen von beiden Seiten anzuzünden. Nur die Kombination aus gesunder Ernährung und viel Bewegung führt nachhaltig zum Abbau von Körperfett. Die weiteren Ratschläge helfen dabei, dass dieses künftig gar nicht erst angesetzt wird. Wie so oft entscheidet auch hier die Geduld. Alle genannten Maßnahmen sind hilfreich und werden das Ziel unterstützen. Aber sie benötigen auch Zeit. Der Organismus wird sich jedoch darauf einstellen und schon recht bald die überschüssigen Pfunde abbauen. Auch wenn das anfangs noch nicht sichtbar sein mag, so lohnt es sich, diesen Weg zu gehen. Denn er wird erfolgreich sein. Rechtliche Hinweise Dieses Werk ist durch das Urheberrecht geschützt. Zu Widerhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt. Ohne schriftliche Genehmigung des Autors ist jegliche, auch auszugsweise, Vervielfältigung und Verbreitung nicht gestattet. Sei es in gedruckter Form, durch fotomechanische Verfahren, auf Bild- und Tonträgern, auf Datenträgern aller Art. Außer für den Eigengebrauch ist untersagt, das elektronische Speichern, insbesondere in Datenbanken, und das Verfügbarmachen für die Öffentlichkeit zum individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf Bildschirmen und zum Ausdruck beim jeweiligen Nutzer. Dies schließt auch Podcast, Video-Stream und so weiter ein. Das Übersetzen in andere Sprachen ist ebenfalls vorbehalten. Die Informationen in diesem Werk spiegeln die Sicht des Autors aufgrund eigener Erfahrungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Bitte beachten Sie, dass sich gerade im Internet die Bedingungen ändern können. Sämtliche Angaben und Anschriften wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt. Trotzdem kann von Autor und Verlag keine Haftung übernommen werden, da Wirtschaftsdaten in dieser schnelllebigen Zeit ständig Veränderungen ausgesetzt sind. Insbesondere muss darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Anbieter für ihre Angebote selbstverantwortlich sind. Eine Haftung für fremde Angebote ist ausgeschlossen. Gegebenenfalls ist eine Beratung bei einem Anwalt, Wirtschafts- oder Steuerberater angeraten. Sprachregelung Zur Vereinfachung beim Schreiben und Lesen wird immer die männliche Form verwendet, der Leser, der Gründer und so weiter. Dieser Artikel dient als allgemeiner Gattungsbegriff und schließt weibliche Personen automatisch mit ein. Sofern wir auf externe Webseiten fremder Dritter verweisen, machen wir uns deren Inhalte nicht zu eigen und haften somit auch nicht für die sich naturgemäß im Internet ständig ändernden Inhalte von Webseiten fremder Anbieter. Autor und Verlag sind nicht haftbar für Verluste, die durch den Gebrauch dieser Informationen entstehen sollten. Die in diesem Werk erwähnten Anbieter und Quellen wurden zum Zeitpunkt der Niederschrift als zuverlässig eingestuft. Autor und Verleger sind für deren Aktivitäten nicht verantwortlich. Dieses Audiobuch versteht sich als Basis-Informationsquelle. Daraus resultierende Einkommen und Gewinne sind allein von Motivation, Ehrgeiz und Fähigkeiten des jeweiligen Lesers abhängig. Sämtliche Markennamen, Logos und so weiter sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, die diese Publikation nicht veranlasst oder unterstützt haben. Über das Internet erhältliche Texte und Bilder, die in dieser Publikation verwendet werden, können geistiges Eigentum darstellen und dürfen nicht kopiert werden.